Wir schreiben den 2. April im Jahr 2016, an dem die Fortuna aus Düsseldorf bei Arminia Bielefeld gastiert. Nachdem die Ultraszene aus Düsseldorf geschlossen auf der Schiene zu den Ostwestfalen reist, soll zu Beginn der Partie direkt einmal ein nettes Intro folgen. Eine ansinnliche Chaos-Pyro-Show aus Fackeln Rauch und Strohbos ist im Gästeblock zu sehen, wobei jedoch leider auch einzelne pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld fliegen. Anzumerken ist, dass an diesem Tag auch eine größere Abordnung der Fortuna Hulls mit Freunden aus Madrid mit im Block anwesend ist. Die Bushwakers und New School-Fahne hängt am Zaun. Zudem ist eine Fahne mit der Aufschrift Presos Atleticos Libertad zu erkennen. Diese soll die Solidarität mit einem inhaftierten Mitglied der verbotenen Gruppe Frente Atletico bekunden. Im Jahr 2014 kam es zu einem Mord eines Ultras der linken Gruppe namens Riazo Blu vom Verein Deportivo La Coronia. Ein Mitglied der Gruppe Frente soll dabei der Hauptakteur der vermeintlich faschistisch geprägten Tat gewesen sein, weshalb er kurze Zeit später in Untersuchungshaft kam. Nachdem der Support wie gewohnt lautstark in Hälfte 1 von allen Düsseldorfer Gruppen gemeinsam durchgeführt wird, eskaliert die Situation in Halbzeit 2. So ist auf mehreren Videos zu sehen wie im unteren Bereich hinter den Zaunfahnen der Hulls eine handfeste Schlägerei ausbricht. Offenbar gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Ultras und Hulls, wobei sich rund 20 Beteiligte einen nonverbalen Dialog im Gästesektor liefern. Nach in etwa einer Minute entschließt sich die Staatsmacht dazu den Block zu betreten und beide Seiten voneinander zu trennen. Daraufhin werden die Zaunfahnen der Gruppen Dissidenti Ultra Bushwalkers und New School abgehangen. Die Hulls verlassen darauf auch den Block, weil sie von der Polizei abgeführt werden. Die Stimmung im Gästesektor ist daraufhin mehr als gedrückt, da nach vorherigen Vorkommnissen nun ein weiterer Tiefpunkt in der Geschichte der Fanszene erreicht ist. Auch der Verein Fortuna Düsseldorf meldete sich nach dem Vorfall zu Wort. Zitat Verein Fortuna Düsseldorf im Nachgang der Partie gegen Arminia Bielefeld. Fortuna Düsseldorf hat unmittelbar im Anschluss an die Partie in Bielefeld mit der Aufarbeitung der Vorkommnisse im Gästeblock begonnen. Bis zum heutigen Tag konnten bereits erste Personen identifiziert werden, denen die Anwendung von Gewalt bzw. die Durchführung sonstiger Verstöße gegen die geltende Stadionordnung nachgewiesen werden kann. Der Verein wird gegen diese Täter mit voller Konsequenz vorgehen und gemeinsam mit Arminia Bielefeld die vorliegenden weiteren Beweismittel auswerten. Die Ausübung von Gewalt sowie das Werfen von Pyrotechnik und Böllern sowie sonstige Verstöße gegen die Stadionordnung verurteilt die Fortuna auf das Schärfste. Unter dem Motto Gemeinsam für Fortuna erfährt unsere Mannschaft derzeit eine breite Unterstützung. Für unser gemeinsames Ziel des Klassenerhaltes ist es wichtig, dass diese Unterstützung fortgesetzt wird und bei den kommenden Spielen nur der Erfolg der Mannschaft im Mittelpunkt steht. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.